Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Sanderhawk. Ja, ich muss hier noch eine Kleinigkeit fertig machen. Das ist eigentlich so jetzt meine neue Wochenarbeit. Man zieht erstmal das ganze Ding ein bisschen auf, ein bisschen über dem, was man haben möchte. Man stricht entsprechend rein, drückt erstmal etwas Luft in die ganze Geschichte. Ja, und dann zieht man die Spritze auf. Auch wieder ein bisschen über dem, was man braucht. Jups, man sieht es, kleiner Tropfen ist da. Damit es passt, wird dann das Überflüssige einfach rausgespritzt. Ja, und dann nehmen wir uns eine Hautfalte, stechen rein und kräftig durchdrücken. Ja, ich sage es ganz ehrlich mal so, wenn das die ganze Nummer wehtut, hat man was falsch gemacht. Dann hat man entweder ins Muskelgewebe reingespritzt oder man hat irgendwie es geschafft, dahin zu kommen, wo normalerweise das Blut fließt. Normalerweise spürt man davon nichts. Das nennt man dann eine Subkultane Spritze. Das heißt, die wird einfach nur unter die Haut gespritzt. Und damit hat man das Mittel schon drin. Wovon ich rede? Munjaro. Ich nehme seit letztes Jahr, Ende November, auch Munjaro. Das wurde mir in Kassel von einer Fachpraxis verordnet. Halt vor dem Hintergrund Diabetes, Magenprobleme, Übergewicht. Und da ist man dann halt auf die Idee gekommen, ja, das ist das Wundermittel. Es gibt ja noch einige andere, wie Vigovny oder Obzempig. Die gibt es schon ein bisschen länger. Es gibt dann noch vielleicht nur ein oder zwei andere, wo hier gerade den Namen nicht so einfallen. Allerdings, die Dinger, die haben alle ein gemeinsames Problem. Wo ich die erste Dosis hier von mir verschreiben lassen habe. Das hat gedauert, ja, die erste Einheit, die konnte ich sofort mitnehmen. Die zweite Einheit, die hat ein, zwei Tage gedauert. War kein Problem gewesen. Dann gab es leider eine kleinere Pause, wegen Weihnachten, Absprache mit der Praxis, dies, das, jenes. Ja, im Januar, da musste ich 14 Tage auf mein Medikament warten. Gut, die letzte, das ging ja wieder relativ flott, was ich mir habe verschreiben lassen. Das war innerhalb von drei Tagen da. Damit liege ich eigentlich aber noch gut. Ich hatte Schulungen in Kassel. Und da waren Kollegen mit dabei, die unter anderem Ozempig nehmen. Die haben das verordnet bekommen. Und von der Verordnung bis zum ersten Mal, wo sie Dosen zum Benutzen bekamen, ist fast ein halbes Jahr draufgegangen. Warum passiert sowas? Tja, da muss man mal meine lieben Influenza-Kollegen fragen, warum sie so eine Scheiße bauen. Sorry, wenn ich das leider so hart sagen muss. Egal, ob ich jetzt die anderen Medikamente nehme oder mein Munjaro nehme, die haben eins gemeinsam. Die senken den Blutzuckerspiegel zu einem gewissen Punkt ab und sie sorgen auch dafür, dass das Völlegefühl im Magen wieder zurückkehrt. Weil das ist ja ein Problem, was viele mit einem starken Übergewicht halt verloren haben. Dieses mit dem Völlegefühl zurückkommen sorgt halt auch dafür, dass man wieder auch überflüssige Funde verliert. Weil man nimmt nur noch das zu sich, was man am Ende des Tages auch braucht. In Studien waren das bei den anderen Medikamenten teilweise so um die 20%. Bei Munjaro wird das mittlerweile schon sogar angegeben bis zu 30-35% Gewichtsverlust. Die magischerweise dann irgendwann so nach und nach entschwinden. Ohne Sport, ohne Ernährungszustellung, ohne alles. Gut, ich habe meine Ernährung trotzdem umgestellt. Ich fange trotzdem wieder an mit dem Sport, weil ich es einfach nicht lassen kann. Aber ich sage mal so, für mich ist es eine gute Unterstützung, weil ich immer das Problem hatte in den letzten Jahren, wo ich wieder zurückkommen wollte. Ich bin bis zu einer gewissen Gewichtsklasse runtergekommen und dann war Sense. Ich konnte machen, was ich wollte. Darunter ging einfach nichts. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass halt das Ganze so ein bisschen das unterstützt, dass ich wieder dahin komme, wo ich vor 13 Jahren schon mal war. Ja, aber das ist aber auch das Problem. in der ganzen Geschichte. Viele haben halt gesagt, okay, das ist ein Wundermittel. Damit nimmst du ruckzuck mal ein paar Kilo ab, ohne dass du was für machen musst. Und ich sage mal so, hier in Deutschland darf dieses Medikament ohne Indikationen eigentlich gar nicht verschrieben werden. Das ist in Amerika ein bisschen anders. Aber wenn man dann solche Leute wie Elon Musk sieht, die dann einfach mal ein bisschen schlanker erscheinen und dann freigebig selber zu geben, dass sie sie eigentlich schlank gespritzt haben, ja, dann muss ich dann sagen, es sind Arschlöcher, weil die nehmen nämlich denjenigen, die das Medikament brauchen, die nötige Medizin weg. Selbst Oprah Winfrey hat jetzt vor kurzem dafür gesorgt, dass die Aktie von den Weight Watchers kräftig gesunken ist. Sie hatte ja lange die Werbebotschaftsarin dafür gespielt. Ja, jetzt hat sie einfach gesagt, nö, ich mache keinen Weight Watchers mehr, ich spritze mir auch was. Was sie sich spritzt, hat sie nicht gesagt, aber das wird genau dieselbe Nummer in grün sein, wo ich sagen kann, nee Leute, lasst doch bitte denjenigen, die es brauchen, das Medikament. Weil die ganzen Firmen, an denen liegt es nicht, die rotzen auf dem Markt, was sie nur können. Nur, wenn natürlich dann Leute glauben, dass sie mal einfach mal so 3, 4, 5 Kilo, die meinen, zu viel zu haben, loswerden müssen, denjenigen das Medikament wegnehmen, die ernsthaft Probleme mit Diabetes haben, die ernsthaft Probleme schon mit Gesundheitsauswirkungen, mit Übergewicht haben, im Prinzip die Sachen vor der Nase wegkaufen, das ist nicht in Ordnung. Meine Erfahrung mit dem Medikament ist eigentlich so ein bisschen, ja, anfanglich war es keine Liebe. Ich habe mir die erste Dosis, ja, das war in der ersten Dezemberwoche verpasst, und ja, das fing an, Magenkrämpfe, Durchfall, volles Wreck drum. Ich sage mal so, mein Magen muss versehentlich wahrscheinlich diesen dicken Beipackzettel gelesen haben, und da hat sich dann mal so gedacht, ich gönne mir mal von allen etwas. Es stand eigentlich auch schon kurz auf der Kippe, dass eben meine Ärztin und ich sagten, nee, wir hören auf damit, das hat keinen Zweck. Gut, wir haben es zum Glück nicht gemacht. Wir haben der ganzen Sache nochmal eine Chance gegeben, wir haben das Intervall, in dem ich dieses Mittel, mir spritze, etwas verlängert. Normalerweise haust du dir eine wöchentliche Spritze rein, wir haben dann mal gesagt, machen wir neun bis zehn Tage erstmal daraus. Das hat dann auf einmal sehr gut funktioniert und seitdem habe ich eigentlich nur noch Probleme am zweiten Tag nackter Spritze, dass ich so ein leichtes Unwohlsein habe und manchmal ein bisschen auch mit Magenschmerzen zu kämpfen habe. Aber ansonsten ist da mittlerweile alles weitestgehend in Ordnung. Und ja, ich habe schon etwas abgenommen. Das, was ich allerdings abgenommen habe, möchte ich nicht unbedingt den Spritzen zuordnen, sondern das ist eigentlich mehr auf der Tatsache geschuldet, dass ich eben halt Probleme mit einem starken Durchfall hatte und dass ich auch an der Ernährung einiges gedreht habe, was sich natürlich auch positiv auswirkt und weil ich in den letzten Wochen durchaus aktiver gewesen bin, als wie in der Zeit davor. Was leider etwas ärgerlich ist, sind die Kosten. Ich sage mal so, in dieser riesen Packung ist dieses kleine Fläschchen drin. Eine Dosis davon sind etwa 50 Milliliter und ja, ich sage mal so, am Ende des Tages drin sind effektiv hier so 70 bis 80. Man kann aber davon nichts aufheben. Das heißt, ich darf mir meine Dosen davon geben, den Rest muss ich wegmachen. Am Anfang gab es auch nur diese Einzelpackung, wo eine Dosis drin war und da hat man mal eben fast 15 Euro dazu bezahlt. Gut, zur Zahlung, ich habe die Chronika-Regelung, kann ich mir Ende des Jahres alles, was über 1% meines Gehalts hinweg geht, wiederholen. Ja, aber trotzdem ist es irgendwo ärgerlich, weil es nicht nur alleine darum geht. Ich kriege zwar das Medikament, die Spritzen kriege ich nicht bezahlt. Meine Ärztin hätte es gerne, dass ich engmaschig meine Zuckerwerte überwache. Zumindest erst mal für den nächsten längeren Zeitraum so 2-3 Monate. Ist zwar noch überschaubar, das Zuckermessgerät kriegst du kostenlos in der Apotheke. Teststreifen musst du bezahlen. Da bist du mal locker mit so 30-35 Euro im Monat dran. Da sind 50 Teststreifen drin, wenn du dann teilweise Tage hast, wo du dann zweimal testest. Oder manchmal funktioniert ja das auch nicht, dass der Test gleich auf dem ersten Mal funktioniert. Da hast du ruckzuck das weg. Du brauchst die Lanzetten zum Pieksen, dass überhaupt Blut aus dem Finger rauskommt. Das sind auch nochmal 15 bis 20 Euro. Also ist das alleine da schon ein Fuffi. Bezahlt, wie gesagt, auch das wird von der Krankenkasse nicht bezahlt. Warum nicht? Ja, auf diesen Spritzchen, da steht zwar drauf, Insulin. Ich spritze aber kein Insulin. Würde ich Insulin nehmen, würde mir sowohl die Spritzen bezahlt, als auch, dass mir die Teststreifen und die Lanzetten bezahlt würden. Schwachsinnregeln. Keine Ahnung, was sich unsere Politik bei so einem Blödsinn denkt, aber es ist halt the matter of fact und ich sage mal so, das macht das Ganze natürlich dann auch zu einem ziemlich teuren Spaß. Was ich mir wünschen würde, wäre als erstes mal, dass man da wirklich dafür sorgt, dass diese Medikamente jedem zur Verfügung stehen, der sie letzten Endes braucht. Weil für viele sind sie die einzigste Hoffnung, dass sie überhaupt noch mal irgendwie zurande kommen. Nicht jeder ist dafür geeignet, dass er sich eine Magen-OP machen kann und auch nicht jeder will es. Ich gehöre auch zu denen, die es nicht unbedingt möchten, weil ich leider schon genug Menschen gesehen habe, die sich zwar eine Magen-OP gegönnt haben, kurzfristig abgenommen haben und letzten Endes hat sich dann das ganze Umfeld im Magen-Darm wieder an die ganze Sache gewöhnt und sie haben dann auch wieder reichlich zugenommen. Auch halte ich nichts davon, dass man einfach da unten im Magen-Darm-Bereich großartig da drum wurstet, weil das, was da ist, es sind ja mittlerweile meistens Operationen, wo im Prinzip vom Darm was überbrückt wird und direkt aufs Ende dann kommt, sodass dann viele Sachen nicht so lange verdaut werden oder dass es vom Magen direkt im Prinzip dahin kommt, wo es am Ende rauskommt, wo ich dann sage, der Mensch ist nicht unbedingt ein Automotor, wo man einfach mal sagen kann, wenn der Kallriemen nicht funktioniert, nimmst du den Strumpf von einer Freundin. Also da halte ich nicht allzu viel von. Diese Medikamente hier, die basieren auf irgendwelche hormonellen Geschichten, die halt dann dadurch, dass sie die natürlichen Möglichkeiten, die der menschliche Körper hat, wieder anregen, halt in Schuss bringen, das ist für mich sinnvoller als alles andere. Eine Sache muss ich natürlich ansprechen, gerade wenn ich die älteren Medikamente aus dieser Reihe nehme, wie das Ozenpig und so weiter, da gibt es schon mittlerweile einiges an Studien zu. Diese Studien, die sagen klipp und klar, solange derjenige das Zeug nimmt, nimmt er entsprechend ab. Gewichtsverlust, alles was im Prinzip das, was die Waage einsagt, kommt wieder in die richtige Richtung. Wird mit der Einnahme aufgehört, dann kommen die Kilos wieder zurück. Gut, das ist bei dem hier genauso. Da muss man halt dafür sorgen, dass halt dann auch die Lebensumstände so sind, und das auch weiterhin das Risiko minimiert wird, dass man wieder zunimmt. Was allerdings bei Ozenpig und Co. noch ein anderes Problem ist, ist so ein gewisser Gewöhnungsprozess, weil da ist nur eine hormonelle Komponente drin und an die gewöhnt sich der Körper relativ rasch. Sprich, irgendwann kann sich so eine Art Resistenz entwickeln, wo dann der Körper einfach sagt, hm, ist ja schön, dass du mir das Zeug da spritzt, aber was du willst, mache ich trotzdem nicht und die Leute nehmen wieder zu. Deswegen hat Mundiaro auch zwei verschiedene hormonelle Wirkstoffe und sorgt damit halt dafür, dass alles in den richtigen Bahnen bleibt. Damit besteht auch die Hoffnung und bislang scheinen die Studiens auch zu belegen, dass entsprechend der Abnahmeprozess erhalten bleibt und dass dann halt die Kilos weiter runtergehen. Wie das Ganze bei mir wirkt und ob das Ganze sich positiv auswirkt, davon werde ich immer wieder in meinem Vlog von berichten. Zunächst wird auch wieder ein bisschen mehr mit Sport und mit Ernährung kommen. Ich sage mal so, man sieht es mir an. Ich habe auf einmal hier ein bisschen schöne sportive Kleidung. Ja, es gibt auch Sportkleidung für Wahlräusser. Man muss nur richtig suchen und ich sage mal so, das, was ich jetzt momentan an habe, ist erst mal so ein erster Test. Das ist so eine Noname-Firma, wo ich was gefunden habe, wo ich einfach mal sage, hm, ja, kann man ja mal ausprobieren und ich sage mal so, wenn es sich dafür eignet, dass ich dann wieder regelmäßig Walking machen kann und meine gymnastischen Übungen machen kann, die ich für meinen Rücken brauche, umso besser. Also in dem Sinne läuft da auch einiges auch um dieses Medikament drum herum. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch heute berichten wollte. In dem Sinne, bleibt in Bewegung, bleibt gesund, ernährt euch sauber und bis zum nächsten Mal.